Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dieses Video jetzt auf Englisch oder auf Deutsch mache, aber ich habe mich dann für Deutsch entschieden, weil dieses Video vor allem an deutsche Zuschauer und diese ganze deutsche YouTube-Community gerichtet ist, auch wenn sich wahrscheinlich recht wenig dieses Video ansehen werden. Es wird sich oft in meinen Videos über mein Englisch beschwert, über meine Aussprache, über meinen Akzent und über die Art, wie ich rede. Und sehr auffällig ist, 100% dieser Kommentare kommen von deutschen Zuschauern. Konstruktive Kritik, okay? Was ist so über konstruktive Kritik? Konstruktive Kritik ist, wenn man mich auf Fehler aufmerksam macht, damit ich mich verbessern kann und diesen Fehler nicht noch einmal begehe. Konstruktive Kritik ist zum Beispiel, ich habe in einer meiner Bug-Videos das Wort Flower für mich falsch ausgesprochen. Man hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe mich verbessert und seitdem dieses Wort nie wieder falsch ausgesprochen. Das ist für mich konstruktive Kritik und etwas, was sich verändern kann und woran ich bei mir arbeiten kann. Zitat, dein Englisch ist scheiße, ich bekomme das Kotzen, wenn ich deine Videos sehe. Das ist für mich persönlich keine wirklich konstruktive Kritik. Da sage ich nur, wenn du findest, dass mein Englisch scheiße ist, dann klick einfach weg und guck dir das Video nicht an. Warum tust du dir das dann an, wenn du es so scheiße findest? Das verstehe ich an diesen komischen Hate-Kommentaren nicht. Ich mache vor allem meine Videos, weil ich natürlich diese Sprache üben möchte. Viele von euch wissen, dass ich Management and Economics studiere. Und Englisch spielt da eine sehr große Rolle. Auch in dem, was ich später mal machen möchte, muss ich gute Englischkenntnisse haben. Ein Mädchen hatte mir vorgeschlagen, deutsche Videos zu machen mit englischen Untertiteln und ich habe es beneint. Erstens, weil es sauviel Arbeit ist, alles zusammen. Zweitens, wie will ich mich verbessern, wenn ich es vermeide? Meine Philosophie, wie ich Sprachen lerne, ist, ich versuche es so oft wie möglich anzuwenden. Denn das ist auch der Grund, warum ich grundsätzlich nur auf Chinesisch mit meinen Eltern rede, damit ich wirklich Übungen darin habe, diese Sprache anzuwenden. Und in meinen Vlogs seht ihr eine große Variation an Sprachen, nämlich Englisch, Chinesisch und Deutsch gemischt. Denn je nachdem, mit wem ich rede, rede ich auf einer anderen Sprache. Der zweite Grund, warum ich meine Videos auf Englisch mache, ist, weil ich mich von dieser ganzen deutschen YouTube-Szene distanzieren möchte. Es fragen mich dann Leute, warum versuchst du nicht, in dieser Szene dir einen Namen zu machen und innerhalb dieser Szene eine Veränderung zu bewirken? Ich sehe das Problem darin, dass die Art von Zuschauern, die dann meine Videos gucken würde, trotzdem dieselbe ist, wie von bestimmten anderen Leuten. Und ich bin ein sehr kleiner YouTube-Channel, okay? Ich habe meine 57.000 Abonnenten oder so gegen drei Millionen von bestimmten anderen. Und wenn ihr euch diese Fans mal reingezogen habt... Ich habe damals hier einen deutschen YouTube-Kanal gemacht und ich hatte auch in einem Video mal eine bestimmte Person, die mittlerweile drei Millionen Abonnenten hat, kritisiert. Und was für ein verdammter Shitstorm unter diesem Video war, hat mich persönlich ein bisschen erstaunt und mich hat auch wirklich erstaunt die Anzahl an Rechtschreibfehlern innerhalb dieser Kommentare. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe bei Englisch, weil unter meinen Videos möchte ich Zuschauer haben, die sich gegenseitig helfen, die konstruktive Kritik ausüben. Und ich muss sagen, bis jetzt mit ein paar kleinen Ausnahmen ist das wirklich toll, was für Zuschauer ich habe, weil ich merke dadurch, dass ich meine Videos in Englisch mache, gucken sich vor allem ältere deutsche Leute. Also von meinen deutschen Zuschauern sind die meisten etwas älter, weil natürlich, wenn du elf, zwölf Jahre alt bist, verstehst du nicht unbedingt so gut Englisch wie ein 16, 18, 20-Jähriger. Ich muss sagen, als ich jetzt diesen neuen Kanal gemacht habe, hatte ich einfach keinen Bock auf bestimmte Kommentare und Diskussionen, die entstanden wären, hätte ich meine Videos auf Deutsch gemacht. Mittlerweile sind ungefähr 30% meiner Views von deutschen Zuschauern und der Rest verteilt sich 56% auf Amerika und dann der ganze, große, ganze Rest der Welt. Ich merke das sehr stark zum Beispiel bei dem Video, was ich über Veganismus gemacht habe, warum ich Veganerin geworden bin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, die Art, wie ich das Video rübergebracht habe, aber im Großen und Ganzen war die Resonanz von dem Video ziemlich positiv. Und ich habe mir von deutschen YouTubern, die auch zu diesem Thema ein Video gemacht haben, mal die Videos angeschaut. Und was da für ein Shitstorm drunter war und was da für extrem ungebildete Kommentare unter diesen Videos waren, fand ich schon relativ erschreckend. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist bei zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei Laura oder bei Ilona war, bei einem von denen. Die haben ein Video über Veganismus gemacht und dann stand da als Kommentar drunter, du bist Veganerin, aber trotzdem nicht dünn. Was zum Teufel hat das mit Veganismus zu tun? Rein gar nichts. Ich habe in meinem Video über Veganismus auch gesagt, du kannst dich jeden Tag von Pommes ernähren, du bist trotzdem Veganer. Dünn wirst du davon nicht. Früher war das große Problem, dieses ganze Product Placement, was ich schon immer nicht gut fand, dass Product Placement gemacht wurde und es nicht vermerkt wurde, weder im Video noch in der Infobox. Mittlerweile ist das illegal auf YouTube und finde ich auch sehr gut. Ich habe nichts gegen Product Placement, ich mache auch Product Placement, aber es ist wichtig, dass das markiert wird oder ich sage am Anfang des Videos, bevor ich damit anfange, zum Beispiel die Extensions, die ich letztens hatte, sind gesponsort von VP Fashion. Nur als kleines Beispiel. Und solange man wirklich darauf aufmerksam macht, dass es Product Placement ist, finde ich Product Placement nicht schlimm. Aber nun ja, wie das Product Placement in manchen Fällen ausgenutzt wurde von diesen YouTubern, weil deren Zuschauer natürlich sehr jung sind und dann wirklich blind dem folgen, was ihnen da vor die Nase gesetzt wird, fand ich sehr kritisch immer. Diese Entwicklung ist ein bisschen zurückgegangen und die neue Entwicklung ist wirklich dieser Assi-Content, der gebracht wird. Diese ganzen Pranks und dass Beziehungen von bestimmten Menschen wirklich so krass ausgeschlachtet werden in Videos. Ich weiß nicht, ich bin eine Person, ich würde meine privaten Beziehungsprobleme etc. oder keine Ahnung, ich würde das nicht auf YouTube frei posten und wenn ich zum Beispiel vlogge, ich frage Personen immer vorher, ist es okay für dich, wenn du in meinem Vlog vorkommst? Und nur wenn diese Person ein Ja gibt, filme ich diese Person auch. Und ich hatte bei manchen das Gefühl, dass sie auch besonders bei diesen Pranks unfreiwillig gefilmt werden und das trotzdem gepostet wird, weil es diesen YouTubern einfach scheißegal war. Ich habe mir auch diesen Artikel von Marie Meinberg durchgelesen und wo auf sehr sexistische Inhalte hingewiesen wurde von den meistabonnierten YouTubern in Deutschland. Ich habe nie deren Videos verfolgt und ich war nie ein Abonnent von den Kanälen. Auch wenn die bei mir bei Suggestions kamen, habe ich die nie angeklickt, weil ich wusste, wenn ich die anklicke und ich gucke meistens YouTube-Videos auf meinem iPad oder auf meinem Handy, dann kriegen die Ad Revenue von mir und die kriegen Klicks von mir und das möchte ich ihnen in diesem Moment nicht geben. Nun, nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte und mir auch von Luna das Video angeguckt hatte, bin ich mal auf deren Kanäle gegangen. Einfach mal so, ich habe kein Video angeklickt, aber einfach mal nur, um die Thumbnails anzugucken und um zu gucken, was das für reißerische Titel sind. Sexismus konnte ich auf jeden Fall in Unmengen finden. Eine persönliche Beziehung hatte ich zu dem sexistischen Apecrime-Video. Kleine Geschichte, ich verarsche euch jetzt nicht, das ist eine wahre Story. Mich hatte damals André Schiebler auf Facebook geedit und ich wusste damals nicht, wer Apecrime war. Mir ist nur halt aufgefallen, dass dieses Facebook-Profil, was er benutzt hat, ziemlich krass viele Follower hatte. Und ich habe ihn angenommen, ich war neugierig. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann später hat mir meine Schwester gesagt, der ist von einem sehr berühmten YouTube-Trio. Ich glaube damals, als er mir das geschrieben hat, hatten die 800.000 oder so Abonnenten. Und ich fand den voll nett. Er hatte mir damals ne Handynummer gegeben. Rückblickend betrachtet glaube ich, dass er einige Handynummern hat, um Mädels abzugreifen. Jedenfalls hat er mir ne Handynummer gegeben. Wir haben auf WhatsApp geschrieben und das Gespräch verlief auch voll normal. Und dann wollten wir uns treffen. Und dann ging die Scheiße bergab. Er fing an, mir irgendwas richtig Ekelhaftes zu schreiben. Nur darauf aus, mit mir zu schlafen. Sehr offensichtlich. Ich weiß nicht, ich finde sowas einfach nur abartig. Und bei der Zahl von Abonnenten konnte ich mir auch gut denken, dass er das öfters mal bei Mädels abzieht. Letztendlich habe ich ihm dann einfach nicht mehr geantwortet, weil vielleicht klappt das bei anderen Mädels. Bei mir klappt diese Scheiße nicht. Und viele Abonnenten machen deinen Schwanz nicht länger. Danach hat er mich auf WhatsApp, auf Facebook und sonst irgendwelche Seiten einfach blockiert. Wahrscheinlich weht er sich auch jetzt, wenn ich ihm auf der Straße weken würde, nicht an mich erinnern, weil ich kann mir vorstellen, dass er das öfters mal bei Mädels ausprobiert hat und ich wahrscheinlich nur eine von vielen bin. Und das hat in mir den Eindruck verstärkt, also konnte ich nachvollziehen, wie nicht respektvoll er gegenüber Frauen ist. Ich habe mit großem Interesse dieses Vluli-Projekt verfolgt, was Luna Daku gemacht hat. Und ich habe mich auch ein bisschen selber darin wiedergesehen mit diesen Daily Vlogs. Ich weiß, dass sie persönlich diese Art von Daily Vlogs, die auch ich mache, nicht mag. Nur versuche ich persönlich, in meinen Daily Vlogs trotzdem irgendwo gute Werte zu vermitteln. Ich zeige euch, wie ich veganes Essen koche. Ich versuche euch zu vermitteln, dass ihr an euch arbeiten sollt. Und manchmal zeige ich euch, wie ich für die Uni lerne und Klavier übe, etc. Und dass man wirklich sich bilden sollte, seine Interessen breitfächern und an vielen Sachen arbeiten soll. Das ist das, was ich versuche, in diesen Daily Vlogs zu vermitteln. Manche sind auch einfach nur random. Aber wenigstens bewerte ich in meinen Videos keine Titten oder Ärsche. Ich möchte sagen, ich bleibe beim Englischen, auch wenn diese bestimmten deutschen Zuschauer das nicht mögen, weil das ist mein Kanal. Das ist meine Entscheidung. Und wenn dir nicht gefällt, was du siehst, dann guck es dir einfach nicht an und spar dir die Energie, so ein Hate-Kommentar einzutippen. Von wegen, dein Englisch ist scheiße. Ich finde dich scheiße. Du bist einfach nur ein Tryhard. Ich bin sehr ehrlich damit. Ich finde den deutschen Content, den die meisten machen, einfach nur scheiße. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht liegt es auch einfach an den YouTubern selber, dass denen auch bestimmte Werte nicht vermittelt wurden oder denen es etwas an Bildung fehlt, weil ich habe mir tatsächlich mal ein Video angesehen von einer bestimmten deutschen YouTuberin, die ein Maiskolbmer aus der Tüte in die Mikrowelle getan hat, in Hoffnung auf Popcorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Video ist relativ lang. Das ist nur meine Meinung. Und die nächsten Videos werden wieder auf Englisch sein. Peace out.